Die All Electric Society ist unser Zukunftsbild in der Elektrotechnik. Diesem Zukunftsbild hat sich die DKE mit dem DKE Commitment verpflichtet. Beim diesjährigen DKE Innovation Campus wollen wir einen spannenden Baustein dieser Vision, dieser Mission in den Fokus rücken. Die Speichertechnologien. Wir wollen gemeinsam mit Ihnen diskutieren, wir wollen netzwerken, wir wollen Sie und uns inspirieren. Das Thema bringt dafür alle Voraussetzungen mit. Industrie und Wissenschaft arbeiten mit Hochdruck an der Neu- und Weiterentwicklung von Speichertechnologien. Lassen Sie uns beleuchten, welche Rolle Normen und Standards dabei übernehmen können. Eine immens wichtige Rolle, so viel ist klar, denn Normen machen Zukunft. Ich lade Sie ein zum DKE Innovation Campus 2023 in Hanau. Machen Sie mit uns einen Schritt in Richtung der All Electric Society. Wir freuen uns auf Sie. Machen Sie mit uns einen Schritt in Richtung.